Da kommen die Spackos wieder, Alter. Hütte wieder an, hier. Hast du dir geliebt? 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 Hütte wieder an. Yo, herzlich willkommen! Wieso seid ihr noch nicht fertig? Ah ne, ich muss ja fragen wie Benni, ne? Wie weit sind wir? T-Shirts kaufen? T-Shirt? Ja, hier? So, gleich XL, alles da. Eine Aal gibt's von oben drauf und eine Banane. Ne? Willkommen Chrissi Lines leckere Merchlinchen. Der Henrik. So einer ist er. Der macht auch das einfach manchmal. Und dann klappt's eh nicht. Guck! Doetig! Moin! Huuu! Ja. Danke! Herzlich willkommen zu TV Off The Lost elaborate episode 406. So wie es ja immer ist, weißt du, man hat extra Leute, die etwas für einen machen sollen. So ein Benji zum Beispiel, ich will ja keinen Namen nennen, aber das letzte Mal dabei gewesen. Ist ja jetzt abgehoben, seitdem er mit Scarlett Down unterwegs ist. Bassist. Hi, na auch hier, ist ganz schön spannend, die beiden zu beobachten, so in der Touran. Wir hören mal rein, was die gerade so bereden. Kommt mit. Ja, die brauchen wir eigentlich nicht. Genau, das war's eigentlich schon. Da sind wir zwei Drummern in ihrer freien Wildbahn, ne? Wir hören mal rein, was die reden. Kommt mit. Ich weiß nicht, ob da irgendjemand während der Show dran muss, falls irgendwas ist. Hattet ihr das schonmal? Spannend, oder? Mir wird ne Frage gestellt, also ich bin so voll involviert, aber guckt einfach mal mit, wir gucken rein. Ich mach das nur, damit er auch mal wichtig sein darf. So, Bengt, das ist meine Frage. Hör zu. Jetzt so fade out. Du bist vrockin mit, so war's denn durch. Es geht hinge. Jetzt jetzt mal rein. Ich rufe Niklas Karl an. Soll ich noch zwei Besorgungen? Niklas Karl wird angerufen. Wir haben hier nur eine. Hallo. Und Frau Wiesner. Wunderbar, schön. Was denn? Ich würde auch mal reden, wo du gerade dabei bist. Wo du gerade stehst. Jo, ich komme hin. Ich liebe solche Telefongeschwäche, effektiv. Ey, Gandhi hat gesagt... Das ist richtig witzig, wenn wir hier haben. Na? Wenn wir bei TV of the Lost ab jetzt oben links, weiß ich ob du das kannst mit deinem Schnittprogramm, dein Hund ist wieder dreckig. Ach so. Das war oben links einmal einblenden Live-Sendung. Das war's. 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 I'll kill my heart Through all these years of crawling I've grown an iron heart Through all these times of falling I've made rebloof my heart Here in this my own shelter I've borne each heavy stone Come out the missing pieces It's done, I am home We are still waiting While we are fading We are destroying What we're creating On this rock On this rock On this rock I will mend my touch On this rock I will kill my heart We are still waiting While we are fading We are destroying We are destroying What we're creating On this rock On this rock On this rock I will mend my touch On this rock I will kill my heart On this rock On this rock I will kill my heart On this rock I will kill my heart On this rock 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 Vielen Dank.